Liebe Uda, um diesem Stenokorrespondenzbaustein, so möchte ich es mal nennen, einen kompakten Titel zu geben, habe ich mir eine Idee von dir herausgepickt und habe das benannt als CC Beißer auf Papier. So können wir es dann leichter in YouTube finden. Ich antworte dir am selben Tage, am 18. Januar des Jahres 2014. Ich lese aber erstmal deinen Brief vor und dann meine Antwort. Lieber Friedemann, ich schreibe mit Bleistift im Blog und werde diese Zeilen fotografieren. Wenn ich mir ein Galaxy Pad gekauft habe, geht alles leichter. Ich habe dann auch eine Stimme. Punkt. Aber ich kann diesen Text auch in Langschrift schreiben und dann übersetzt an dich übertragen. Über YouTube senden. Uda. Besser ist jedoch, wenn ich stärkere Kürzungen als das Programm, vornehme. CC Beißer, Signatur Uda Kuhn. Und jetzt meine Antwort. Liebe Uda, das Danke für dein Steno-Feedback zur Perfektionierung unseres Steno-Dialogs auf YouTube. Mit jedem Schriftwechsel werden wir besser. Und das, obwohl du noch nicht dein angekündigtes Galaxy Note hast. Auch mit diesem Steno können wir den Neuen zeigen, wie es geht. Wenn nur Bleistift und Fotocam vorhanden ist. Man mailt einfach ein Steno-Foto an seinen Steno-Freund und hoffentlich gibt es bald viele Steno-Freundinnen. In dem Fall ein Steno-Freund, der es ebenfalls mit CC Beißer, derselben Lizenz, wie in der Wikipedia, signiert und passend, passend animiert. Herzliche Grüße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017